Herzlich willkommen zu dem heutigen Vortrag über digitale Geschäftsmodelle. Mein Name ist Thomas Claus. Ich habe seit Februar diesen Jahres den Lehrstuhl für Corporate Entrepreneurship und Digitalisierung in Familienunternehmen am WIFU hier in Witten inne. Was möchte ich mit Ihnen heute besprechen? Ich möchte zunächst die Frage stellen, warum müssen wir uns mit digitalen Geschäftsmodellen auseinandersetzen und danach die Frage klären, was sind denn eigentlich digitale Geschäftsmodelle? Abschließend möchte ich gerne mit einem Ausblick in das, wie können wir digitale Geschäftsmodelle umsetzen. Beginnen wir mit dem Warum. Wenn Sie in ein Lexikon beispielsweise schauen würden, dann würden Sie die Definition der Digitalisierung z.B. wie folgt finden. Das Überführen von Daten und Dokumenten in Binärcodes, um diese elektronisch zu verarbeiten. Jetzt ist die Frage, deckt diese Definition wirklich das ab, was Digitalisierung ausmacht oder greift das vielleicht ein bisschen zu kurz? Dazu habe ich ein paar Beispiele, ein paar Eindrücke mitgebracht, um diese Frage zu unterfüttern. Schauen Sie sich das Bild an. Wir leben in einer Zeit, in der Mobile First gilt. Diejenigen, die regelmäßig zur Arbeit pendeln müssen, kennen das. 90 Prozent der Leute im Zug haben ein Smartphone in der Hand und beschäftigen sich die meiste Zeit mit einem solchen Gerät. Das geht so weit, dass, wie hier auf diesem Bild zu sehen, die ersten Städte jetzt damit experimentieren, Ampeln nicht mehr auf Sichthöhe zu installieren, sondern hier in den Boden einzulassen, um eben zu verhindern, dass die Leute, die permanent auf ihr Gerät schauen, dann den Verkehr übersehen. Das Internet of Things, ein großes Wort. Im Endeffekt bedeutet es, dass die Dinge, unsere Geräte, die heute mit ganz viel Sensortechnologie ausgestattet sind, anfangen miteinander zu kommunizieren. Das geht dann so weit, dass, wenn Sie sich das Beispiel in den USA nehmen, wo Amazon eine Kooperation mit Whirlpool gegründet hat, dass die Waschmaschine, die dort dann zum Beispiel einen Waschmitteltank enthält. Sobald das Waschmittel zur Neige geht oder einen gewissen Füllstand unterschreitet, an Amazon kommuniziert, pass mal auf, hier das Waschmittel geht zur Neige und automatisch eine neue Bestellung auslöst. Wenn Sie dann auch noch einen Keyless Entry haben, der den Paketboten, für den Fall, dass Sie nicht zu Hause sind, automatisch ins Haus lässt, dann kann der praktisch bis zu Ihrer Waschmaschine gehen, das Paket direkt in die Maschine füllen und Sie bekommen von dem eigentlichen Vorgang gar nichts mehr mit, sondern Sie sehen nur noch eine Abbuchung auf Ihrem Konto am Ende des Tages. Das digitale Gold. Wir reden alle über Daten und den Wert von Daten und es ist natürlich so, dass wir heute auch immer mehr Angebote sehen, die für uns vermeintlich kostenlos sind, aber die sich am Ende über Daten oder die Nutzung von Daten finanzieren. Das geht so weit bis hin zu einem Geschäftsmodell, von dem ich unlängst gehört habe, in dem zwei Gründer eine neue Fitnessstudio-Kette etablieren möchten, für die sie keinen Benutzer viel mehr zahlen müssen, sondern die sich vollständig darüber finanziert, dass sie als Nutzer während ihres Trainings gefilmt werden, gewisse Trainingsdaten zur Verfügung stellen und mit diesen Daten dann wiederum das Geld verdient wird, um dieses Fitnessstudio zu betreiben. Die Sharing Economy, noch so ein Buzzword, was uns zeigt, was mit Digitalisierung möglich ist. Weil wir plötzlich sehr gut herausfinden können, wo sich Dinge befinden durch das Internet, eben auch durch die vernetzten Endgeräte, ist es plötzlich möglich, Sachen, die wir in der Vergangenheit nicht hätten teilen können, zu teilen. Wenn Sie vor zehn Jahren hätten wissen wollen, ob Ihr Nachbar ein Rasenmäher hat, dann hätten Sie zwangsläufig bei ihm klingeln müssen. Heute gibt es Apps, mit denen Sie herausfinden können, wer in Ihrer Nachbarschaft denn über einen solchen Rasenmäher verfügt. Und das ermöglicht uns, Dinge zu teilen, gemeinschaftlich zu nutzen, bis hin zu dem Grad, dass es tatsächlich möglich ist, auch Haustiere, hier zum Beispiel den Dockwalk mit anderen zu teilen. Und auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ganz neue Geschäftsmodelle entstehen, in denen diejenigen, die eben dieses Sharing ermöglichen, dann auch Geld verdienen. So, wenn wir zurückkommen zu unserer ursprünglichen Definition, nämlich mit der Frage, ist Überführen von Daten und Dokumenten in Binärcodes, um diese elektronisch zu verarbeiten und zu speichern, ist das ausreichend, um Digitalisierung zu greifen, dann stellen wir vor dem Hintergrund der eben genannten Beispiele fest, das kann nicht alles sein. Es geht hier um weitaus mehr, es geht um ganz neue Nutzenperspektiven und am Ende ganz neue Geschäftsmodelle. Deswegen würde ich dazu raten, Digitalisierung eben nicht nur als die Überführung von Daten zu begreifen, sondern eben, wie hier dieser Definition, als die Evolvement of Business Models by using recent advancements in IT oder zu Deutsch, das entstehen neuer Geschäftsmodelle unter Verwendung der neuen Digitalmöglichkeiten. So, wenn wir das Ganze einen Schritt weiter denken, dann kommen wir an einen Punkt, wo wir realisieren, wie groß die Tragweite der Digitalisierung ist. Hier möchte ich Ihnen gerne eine Metapher verdeutlichen. In 1975 hat Gordon Moore, einer der Gründer von IBM, die sogenannte Moore's Law begründet. Er sagte, dass die Komplexität von zum Beispiel integrierten Schaltkreisen, Mikroprozessoren etc. bei minimalen Komponentenkosten jährlich um den Faktor 2 steigt. Das bedeutet im Umkehrschluss nichts anderes, als dass die Leistungsfähigkeit elektronischer Systeme eben bei Konstanthaltung der Kosten zunehmend sich verdoppelt. Sie kennen das vielleicht, zumindest aus meiner Vergangenheit, wenn Sie geguckt haben, was Computer ausgezeichnet hat, dann begann das mit Festplattengrößen von 8 GB, dann 16, dann 32. Wir haben genau diese Verdopplungen gesehen. Das gleiche bei CPU-Geschwindigkeiten. Und das ist für uns ganz normal geworden. Wir können uns das auch bei diesen relativ kleinen Sprüngen immer noch relativ gut vorstellen. Das Interessante daran ist allerdings, dass eben diese permanenten Verdopplungen alle ein oder zwei Jahre ein exponentielles Wachstum beschreibt. Und wenn wir das vergleichen mit einem Beispiel, einem historischen Beispiel, dann wird uns deutlich, wo wir mit diesem exponentiellen Wachstum hinkommen. Und zwar das Schachbrett. Die Legende, sage ich mal, besagt, dass im 6. Jahrhundert in Indien das Schachbrett erfunden wurde. Und der Kaiser war zu der Zeit ganz angetan von dem Spiel, hat den Erfinder zu sich gerufen und hat gesagt, du hier, was möchtest du für diese tolle Erfindung haben? Und der Erfinder des Schachbrett sagte dann, pass auf, wir legen ein Reiskorn auf das erste Feld des Schachbretts und verdoppeln die Anzahl Reiskörner für jedes weitere Feld. Der König, der kein großer Mathematiker war, hielt das für einen ganz bescheidenen Wunsch und hat gesagt, natürlich, das können wir machen. Am Ende war das gesamte Königreich, alle Silos, die in dem Königreich voll Reis gefüllt waren, nicht in der Lage, diesen Wunsch zu erfüllen, weil nämlich durch die Zahl 2 hoch 63 hier 18,45 Trillionen Reiskörner notwendig gewesen wären. Und ich habe zuletzt gelesen, dass das mehr wäre, als die Masse und die Höhe des Mount Everest und dann mit quasi eine unfassbar große Menge Reis. So, also wir sehen, wenn wir uns am Anfang exponentielles Wachstum vorstellen, sind die Zahlen noch relativ klein, noch relativ überschaubar. Kommt man aber in die zweite Hälfte, also die zweiten 32 Felder des Schachbretts, dann werden diese Zahlen enorm groß. Und das ist jetzt, wenn wir schauen, vor mittlerweile 45 Jahren, wurde diese Mouselon begründet, dann sind wir jetzt in dieser zweiten Hälfte des Schachbretts, in der die Wachstumsraten der Digitalisierung immer größer werden und plötzlich es für unseren menschlichen, begrenzten Verstand gar nicht mehr möglich ist, dort mitzuhalten. Und dann sehen wir plötzlich Dinge wie Roboter, die für uns schon quasi intelligent wirken, der IBM Watson als Computer, der medizinische Befunde besser hinbekommt als die besten Chirurgen auf dieser Welt. Und naja, wenn wir zu der Metapher zurückkommen, die besten Schachspieler der Welt werden auch schon seit einigen Jahren von Computern geschlagen. Das zeigt, es geht immer schneller voran und es wird natürlich auch so weitergehen, sodass wir jedes Jahr verblüffende Neuerungen im technologischen Digitalisierungsbereich sehen werden und wir müssen irgendwie in der Lage sein, mit diesen auch Schritt zu halten. Woran wird das deutlich? Ich habe hier zwei Beispiele aus dem technologischen Bereich mitgebracht. Zum einen die Fotografie. Seit der Findung der Fotografie 1938 wurden weltweit circa, nageln Sie mich bitte nicht auf diese Zahl fest, 10,4 Billionen Fotos auf. Allein 6 Billionen, das sind 57 Prozent davon in den letzten fünf Jahren. Jeden Tag werden circa 2,1 Milliarden Bilder in das Internet hochgeladen. Und wahrscheinlich ist es so, während ich diese Zahlen auf die Folie geschrieben habe, war sie auch schon wieder veraltert, weil natürlich auch hier diese Zahlen immer größer sind. Ähnliches sehen wir beim Telefon. Das Telefon wurde 1861 erfunden. Es dauerte 110 Jahre, bis 1971 etwa 0,5 Telefonate im Durchschnitt pro Person und Tag in Deutschland geführt wurden. Im Vergleich dazu, WhatsApp kam 2009 in den App Store. Heutzutage werden etwa 65 Milliarden Nachrichten täglich verschickt. Als WhatsApp 1914 an Facebook verkauft wurde, benötigte es, um diese enorme Masse zu bewältigen, gerade mal 55 Milliarden. Also Sie sehen, wir sind heute an einem Punkt, wo unglaublich große Zahlen, unglaublich große Datenmengen im Raum stehen. Und wo, wie gesagt, diese Wachstumsraten immer größer werden. Und die Herausforderung darin besteht eben, diese neuen Möglichkeiten in Geschäftsmodelle zu überführen. Auch die Meinung der Praxis bestätigt das. Ich habe hier zwei Ergebnisse aus einer Studie, die Ernst & Young seinerzeit durchgeführt hat in 2015. Dort wurden Unternehmer gefragt, spielen digitale Technologien für das Geschäftsmodell ihres Unternehmens derzeit eine Rolle? Wir sehen, dass etwa 70 Prozent entweder sagen, ja, eine sehr große oder ja, eine mittelgroße Rolle. Also den Unternehmen ist es durchaus bewusst, dass die digitalen Technologien Geschäftsmodelle beeinflussen werden. Und auch langfristig wurde das so eingeschätzt von immerhin auch hier 76 Prozent auf die Frage, ob man auch erwarten würde, dass digitale Technologien auch in den nächsten fünf Jahren eine Rolle für das Geschäftsmodell des Unternehmens stellen würde. Interessanterweise, und das ist quasi das Paradox der Digitalisierung, ist doch, dass viele Unternehmen zwar erkennen, dass Handlungsbedarf für das Geschäftsmodell besteht, doch die meisten Unternehmen noch relativ zu eng denken. Hier eine andere Studie aus dem gleichen Jahr von Roland & Berger, die zeigt, dass der größte Anteil, nämlich 43 Prozent der befragten Unternehmen, im wesentlichen Kosteneinsparpotenzial ersehen und erst nachgelagert die Möglichkeiten, Umsatzsteigerungen durch neue Produkte und neue Services zu generieren. Das bringt mich zu dem, was sind denn jetzt eigentlich digitale Geschäftsmodelle? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Zunächst, wir sehen, dass traditionelle Geschäftsmodelle unter Umständen nicht dauerhaft bestehen werden, auch wenn sie in der Zeit, in der sie generiert wurden, sehr erfolgreich gewesen sind. Wenn Sie zum Beispiel hier sich in der Mitte das Bild anschauen, das zeigt eine klassische Videothek. Heutzutage hat eigentlich keiner mehr einen Videotheksausweis, obwohl bis vor, sagen wir, zehn Jahren vielleicht, das das dominante Modell war, um Filme, insbesondere neuere Filme, der breiten Wasser zugänglich zu machen. Oder Reisebüros. Die werden immer weniger, weil es durch digitale Anbieter die Möglichkeit gibt, Reise nach online zu bieten. Der Quelle-Katalog. Als ich Kind war, war es quasi das Tollste im Jahr, wenn wieder die neuen Quelle- und Otto-Kataloge zugesendet wurden und wir auf über tausend Seiten sehen konnten, was es an Produkten da draußen gab. Naja, heute auf Amazon stellt sich diese Frage nicht mehr, weil es natürlich viel mehr Produkte jederzeit zur Verfügung stehen. Kodak als Weltmarktführer im Bereich Belichtungsfilme hatte über Jahre ein extrem erfolgreiches Geschäftsmodell und mit über 140.000 Mitarbeitern und war sogar das erste Unternehmen, was eine digitale Kamera entwickelt hat, hat aber entschieden, um sich nicht selber zu kannibalisieren, dass sie die nicht vermarkten werden. Dann haben es andere getan und am Ende ist dieses Unternehmen von der Bildfläche verschwunden. Ein sehr schönes Beispiel, was Ihnen zeigt, wie so etwas ablaufen kann, ist die Musikindustrie. Wenn wir uns hier das anschauen, etwa, naja, bis Anfang der 2000er, also das sind jetzt schon fast 20 Jahre, da war eigentlich das dominante Medium natürlich die CD. So, und wenn ich eine CD kaufen wollte, dann musste ich in den Plattenladen gehen und da gab es eine ganz fantastische Kette an Plattenläden, die hieß World of Music. Gab es insbesondere in größeren Städten und bei World of Music, die zeichneten sich dadurch aus, dass die eine exzellente persönliche Beratung hatten und dass die alles besorgen konnten, was irgendwie der Markt herkam. Sie konnten da reingehen, hatten ein Lied im Radio gehört und das nur kurz vorgesummt und der Verkäufer hätte erkannt, worum es sich handelt und hätte ihm im Zweifel auch noch eine Empfehlung für weitere Titel machen können. Wenn es nicht da war, was sie haben wollten, dann hat man es für sie bestellt und sie hätten es innerhalb von wenigen Tagen wieder abholen können. So, und dann kam ein neuer Player, Amazon. Amazon hat gesagt, ja, wir können das Gleiche, aber besser und leistungsfähiger. Nämlich, wir haben einen Algorithmus, der eine Empfehlung aussprechen kann und wir schicken das Ganze per Post zu und dann ist das 24-7 bestellbar und kommt relativ schnell auch zu Ihnen nach Hause. Und dann kam ein neuer Player, nämlich Apple iTunes, die gesagt haben, naja, ist es denn überhaupt notwendig, dass ich jetzt eine CD kaufe oder kann ich dieses schicke neue MP3-Format vielleicht nutzen, um einzelne Titel zum Download anzubieten und auch die Möglichkeit zu geben, eben nicht mehr das ganze Album kaufen zu müssen. Ist jederzeit verfügbar, kann direkt heruntergeladen werden. Also hat wieder alles, was das vorherige Geschäftsmodell konnte, aber setzt wieder einen drauf. Und auch das war nicht Ende der Fahnenstange, weil dann kam Spotify, die gesagt haben, naja, können wir die technologischen Möglichkeiten durch Bandbreite und vielleicht auch eben diese mobilen Endgeräte jetzt nicht nutzen, um einfach Musik jederzeit zum Streaming anzubieten, sodass die Kunden gar nicht mehr speichern und irgendwie Ordnung in ihre MP3s bringen müssen und einfach nur mal gerade das hören können, was sie wollen. Wenn Sie sich das anschauen, dann ist das Interessante hier, dass sich das Problem des Kunden, der Wunsch, ich möchte Musik hören und eigentlich auch das Produkt, nämlich Musik, die irgendwie aus dem Lautsprecher kommt, sich überhaupt nicht verändert hat. Es hat sich aber radikal das dahinterliegende Geschäftsmodell verändert, in dem Technologie eingesetzt wurde, um die Leistung ganz anders zu erbringen und zu vor. Was wir weiter sehen, ist, dass die Raten, mit denen das passiert, immer schneller gebaut sind. Während am Anfang World of Music noch sehr lange Bestand hatte, über Jahrzehnte, ging danach die Entwicklung immer schneller voran. Und jeweils wurde das vorherige Geschäftsmodell vollständig durch das zuvorige abgelöst. Und es ist wichtig für Unternehmen zu verstehen, dass man hier auch den Sprung machen muss, um noch entsprechend am Ball zu bleiben. Amazon hat, obwohl sie der Marktführer war und für den CD-Verkauf im Online-Geschäft, haben sie entschieden, nein, wir müssen auch eine Download-Option anbieten, weil sonst tun das andere. Und so haben sie es geschafft, obwohl Apple etwas früher war, trotzdem immer noch ein relevanter Player am Markt zu bleiben. Bei dem nächsten Sprung genau das Gleiche. Heute haben sie Amazon Music, was vielleicht nicht ganz so bedeutsam ist wie Spotify, aber dennoch einer der wichtigen Player in diesem Bereich. So, jetzt ist die Frage, was sind denn eigentlich Geschäftsmodelle? Geschäftsmodelle können Sie sich vorstellen als Aktivitäten-Systeme aus drei verknüpften Dimensionen. Das ist das, was die Wissenschaft in den letzten Jahren so als einigermaßen konstant oder wo die Wissenschaft erkannt hat, dass man sich darauf einigen kann, dass diese drei Dimensionen die Wesentliche sind. Zum einen braucht jedes Unternehmen ein Leistungsversprech. Sie müssen irgendetwas anbieten, was ein Produkt oder ein Problem für den Kunden löst. Es muss zum Kunden hinkommen, es muss in einem relevanten Markt angeboten werden, es muss den relevanten Kunden zur Verfügung stellen. Zusätzlich brauchen Sie ein internes Wertschöpfungskonzept. Sie müssen irgendwie in der Lage sein, diese Leistung auch zu erzeugen. Sie müssen Ressourcen und Prozesse kombinieren, gegebenenfalls Partner einsetzen, um eben diese Wertschöpfung für den Kunden erstmal möglich zu machen. Und als letztes müssen Sie damit irgendwie Geld verdienen. Sie brauchen ein Ertragsmodell, einen Weg, wie Sie aus dieser Leistung, die Sie für Ihre Kunden erbringen, auch wieder Geld zurück in das Unternehmen bringen, was hoch genug ist, um die Kosten, die durch die Wertschöpfung entstanden sind, auch wiederum zu decken. Das Schöne an Geschäftsmodellen als Perspektive für Innovation oder Veränderung ist, dass ich plötzlich einen sehr großen Rahmen habe, in dem ich durch die digitalen Technologien Veränderungen umsetzen kann. Wenn Sie sich zum Beispiel oben auf der linken Seite oben im Bereich Leistungsversprechen das Amazon-Beispiel anschauen. Amazon war schon über Jahre ein sehr erfolgreicher Online-Handel, ein Online-Versender und hat damit eine unglaubliche Reichweite generiert. Das Problem allerdings, dass die enorme Infrastruktur, die dafür nötig ist, nicht permanent ausgenutzt wurde, sondern vor allen Dingen im Weihnachtsgeschäft oder eben zu irgendwie Stoßzeiten wie dem Amazon Prime Day oder dergleichen. Jetzt hat sich Amazon überlegt, okay, wo sind die Schwächen unseres Geschäftsmodells? Es ist ganz klar, es wird zwar ein riesen Umsatz generiert, aber es wird unglaublich viel zurückgeschickt. Es werden unglaublich hohe Kosten produziert, sodass die Marge des Online-Handels doch relativ gering ist. Dann hat sich Amazon überlegt, okay, was können wir machen? Und wir sind darauf gekommen, dass sie gesagt haben, na gut, dann lasst uns doch die Infrastruktur nutzen, um einen Cloud-Service und zusätzliche Services im Web für unsere primär Marketplace-Kunden und auch andere Player anzubieten. Das haben sie gemacht. Das ist heute das profitabelste Geschäftsmodell im Hause Amazon und ist auch weit über, oder wird auch weit über die Marketplace-Kunden, die in dem Amazon-Shop anbieten, hinausgenutzt. Amazon ist damit heute einer der größten Cloud-Anbieter weltweit. Dann gibt es natürlich im Bereich der Produkte und Services hier auf der linken Seite ganz weitere, eine ganze Bandbreite weiterer Mechanismen, die Unternehmen nutzen können, um in diesem Bereich Innovationen zu betreiben. Natürlich in der Mitte ergeben sich auch Potenziale, um die Wertschöpfung neu zu denken durch Digitalisierung. Insbesondere, dass man zum Beispiel als Unternehmen viel mehr internationale Partner irgendwie miteinander zusammenbringt. Wenn ich hier an das Beispiel von Alcre denke, das war mal der Herr Alcre, der war mal als Gastredner an meiner Veranstaltung und der hat sein Unternehmen als seine Sofa-Brand bezeichnet. Das fand ich ganz inspirierend. Und er meinte damit im Endeffekt, er ist niemand, der produzieren kann, er besitzt keine Maschinen, er hat auch kein Logistikzentrum, er beschäftigt auch gar nicht viele Leute, sondern was er gemacht hat, er saß mit seinem Laptop quasi auf dem Sofa, er hat Produktkonzepte entwickelt, hat die letzten Endes in China produzieren lassen, hatte Partner für die Logistik, für die Abrechnung und im Prinzip sah es für Außenstehende aus wie ein wunderbares Unternehmen, was quasi so Gadgets für Handys, Handyhöhlen, Tablethöhlen und dergleichen hergestellt hat. Aber es war eigentlich nur der Herr Alcre auf seinem Sofa, der eben die Player entsprechend orchestriert. Natürlich ergeben sich Möglichkeiten im Bereich Automatisierung und das wiederum bedeutet heutzutage, dass man sehr stark auch Kunden einbeziehen kann in die Wertschöpfe. Auch da gibt es ganz tolle neue Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn Sie hier das Beispiel Nike ID nehmen, wo Kunden online ihre Schuhe selbst konfigurieren können und aufgrund moderner Produktionstechnologien ist auch diese sehr individualisierte Herstellung gar nicht mehr so kostspielig, wie sie das in der Vergangenheit vielleicht gewesen ist. Bis hin zu 3D-Drucktechnologien, dass der Kunde wirklich hochindividuell Produkte für sich fertigen lassen kann. Und der dritte Bereich auf der rechten Seite, das sind die neuen Ertragsmodelle. Die Möglichkeit, Geld auf eine andere innovative Art und Weise zu verdienen. Das wäre zum Beispiel die Daten als neue Quelle von Umsätzen. Das ist zum anderen die Tendenz, dass wir heute auch durch das Thema Sharing Economy, was ich angesprochen hatte, gewisse Dinge eher nutzen und mieten, als dass wir sie kaufen. Nehmen Sie zum Beispiel das Beispiel von Tier oder anderen Scooteranbietern, wo Sie eben den Elektroscooter gar nicht mehr kaufen, sondern einfach vor Ort für eine gewisse Zeit ausleihen und wieder abstellen. Sie müssen sich nicht um Maintenance, um Ladung usw. kümmern, sondern Sie zahlen ausschließlich für die Nutzung. Und da gibt es natürlich weitere Möglichkeiten, wie durch Digitalisierung neue Ertragsansätze geschaffen werden können. So, dann möchte ich zuletzt zu der Frage kommen, wie kann ich jetzt digitale Geschäftsmodelle entwickeln? Das ist eine große Frage, weil die natürlich für einzelne Unternehmen sehr unterschiedlich aussieht. Also Innovation steckt quasi hier im Kern mit drin. Und damit ist es nicht klar, okay, es gibt nur einen Weg oder nur eine Lösung. Es gibt natürlich für jedes Unternehmen, für jede Industrie ganz unterschiedliche kreative Ansätze, wie ich Digitalisierung nutzen kann, um Geschäftsmodelle zu verändern. Ich möchte hier im Wesentlichen drei zentrale Erkenntnisse, die wir in unserer Forschung gewonnen haben, zusammenfassen. Zum einen haben wir festgestellt, dass es ganz wichtig ist, dass Unternehmen Fähigkeiten aufbauen, hier zu Englisch Capabilities, die sie in die Lage versetzen, Geschäftsmodelle zu reflektieren und weiterzutreten. Des Weiteren sollten Unternehmen versuchen, ihre Unternehmenskultur derart zu verändern, dass bereits in den Werten der Organisation, des Unternehmens enthalten ist, dass Veränderung und auch vielleicht die Bereitschaft, Fehler zu tolerieren, gut ist und dass das gewünscht ist, im Gegensatz zu, dass eben Mitglieder, die vielleicht neu denken, die Freigeister sind, irgendwie bestraft werden. Und der letzte Punkt ist, dass Unternehmen Chancen erkennen können, dass man die neuen kreativen Ansätze, die vielen kreativen Tools, die da draußen existieren, viele Workshop-Konzepte nutzt, um den ersten Schritt zu machen. So, wie kann sowas aussehen? Im Bereich der Fähigkeiten haben wir gesehen, empirisch bestätigt, eben, wir haben es gesehen, mit 400 Unternehmen in Europa, dass im Wesentlichen drei Fähigkeiten notwendig sind, um Geschäftsmodell-Innovationen, digitale Geschäftsmodell-Innovationen umzusetzen. Das Erste, oben in der Grafik, ist die strategische Sensitivität. Die Fähigkeit, Informationen von außen in die Organisation hereinzubringen und diese auch entsprechend so zu verarbeiten, dass sie auch wahrgenommen werden. Wahrgenommen werden von den Entscheidern. Das ist zum Beispiel Wissen über neue Technologien, Verständnis auch über die neuen Technologien, wo kann ich die anwenden? Das beinhaltet ein Benchmarking von meinen Mitbewerbern, aber auch der Blick in fremde Industrie, um zu lernen, okay, wofür kann gegebenenfalls eine Technologie, jetzt sagen wir mal beispielsweise Blockchain oder künstliche Intelligenz, wofür kann sowas eingesetzt werden? Wie gesagt, das muss in der Organisation auch weitergetragen werden, dass eben nicht nur die Scouts, die unterwegs sind, davon Kenntnis gewinnen, sondern auch diejenigen, die dann Entscheidungen über potenzielle Verwendungen treffen können. Der zweite Punkt ist die sogenannte Leadership Unity, die Einigkeit zwischen dem Top-Management. Wir sehen das ganz häufig, dass gerade in größeren Konzernen, dann, wenn es um radikale Veränderungen, große Schritte geht, dann geht man Risiken an. Und diese Risiken, die muss irgendjemand tragen. Und deswegen kommt es häufig, wenn solche Entscheidungen gefällt werden, zu politischen Rangeleien, da stehen dann eventuell auch einzelne Karrieren auf dem Spiel, sodass gegebenenfalls am Ende eben nicht die große, die notwendige, radikale Entscheidung gefällt wird, sondern eher versucht wird, im Klein-Klein relativ harmlose Veränderungen zu setzen. Da sehen wir, das ist ein Problem, weil eben Geschäftsmodellinnovationen, insbesondere wenn sie radikaler Natur sind, wenn sie irgendwie disruptiv sind, eben Organisationen auch ein Stück weit in Frage stellen. Deswegen hier, das Management muss die Fähigkeit haben, umfangreich und auch teilweise schnell Entscheidungen zu treffen, solche Geschäftsmodellinnovationen umzusetzen. Der dritte Punkt, der sich dann daraus ergibt, ist die Resource Fluidity, also die Möglichkeiten, die vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen so einzusetzen, so zu rekonfigurieren, dass sie eben für die neuen Ideen, für die neuen Projekte und Geschäftsmodelle auch eingesetzt werden können. Was insbesondere natürlich in sehr traditionellen Unternehmen häufig ein Problem ist, weil dann hat man eine schöne Idee, hat aber eventuell die notwendigen digitalen Kompetenzen im Unternehmen nicht vorhanden und auf der anderen Seite auch eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, die diese digitalen Kompetenzen vielleicht auch nicht mitbringen. Und wie man das entsprechend organisiert, das ist natürlich auch eine Herausforderung, die man in dem Zuge angehen muss. Der zweite Punkt, den ich angesprochen hatte, ist das Thema Kultur. Hier haben wir eine Studie auch unter deutschen, kleinen und mittleren Unternehmen durchgeführt. Und wir sehen im Wesentlichen auch hier, oder bestätigen dieses alte, sehr bekannte Zitat von Peter Drucker, der gesagt hat, Culture eats strategy for breakfast. Es ist unglaublich wichtig für Unternehmen, um Geschäftsmodell Innovationen umsetzen zu können, dass sie, wie wir es hier gesehen haben, eine sogenannte Neuartigkeits-orientierte oder novelty-oriented kulturelle Werte haben, die da zum Beispiel wären, Flexibilität, Offenheit, offene und interfunktionale Kommunikation und natürlich auch die häufig benannte Fehlertoleranz. Dass eben derjenige Unternehmen, der Wagnisse eingeht, der auch vielleicht abgedrehte Ideen formuliert, dass der nicht bestraft wird, sondern vielleicht sogar noch ein Stück weit gefeiert wird in der Organisation. Dass ich meine Ideen auch nicht für mich behalte, sondern offen mit anderen kommuniziere. Das muss sich natürlich auch in Anreizsystemen in der Organisation widerspiegeln. Demgegenüber, auf der unteren linken Seite, steht die, im Prinzip als Gegenpol, die effizienzorientierten kulturellen Werte. Die wir häufig, gerade klassischen deutschen Maschinenbauunternehmen, sehen, Werte wie Qualität, eine Erfolgsorientierung, starke Geschwindigkeit im Sinne von Effizienz. Und wir sehen halt häufig, dass wenn ich Risiken eingehe, wenn ich fehlertolerant bin, wenn ich neue Projekte beginne, dann geht das zu Lasten der kurzfristigen Qualität. Dann geht das auf jeden Fall zu Lasten der Prozesseffizienz. Und somit muss man hier klar sehen, was wird auch in der Organisation gefördert und, wie ich sagte, ein Stück weit auch gefeiert, entlohnt. Weil, wenn ich die ganze Zeit nur auf Prozesseffizienz schaue, dann bleibt gegebenenfalls keine Zeit dafür über, sich neu zu denken und auch kreative neue Wege zu gehen. Und klar, in unserer Studie zeigt sich deutlich, dass eben Unternehmen mit einer kulturellen Orientierung im Bereich der neuartigkeitsorientierten Kultur wesentlich besser darin sind, Geschäftsmodellinnovationen umzusetzen. Der letzte Tipp, und der ist verhältnismäßig trivial, den ich hier Ihnen mit auf den Weg geben möchte, ist, dass Sie die vorhandenen Tools, und da gibt es draußen jede Menge, da gibt es sehr viele Beratungshäuser, die sich damit auseinandergesetzt haben, ganz viele tolle Bücher, dass Sie diese nutzen. Wie zum Beispiel das Business Model Canvas, was Sie wahrscheinlich alle schon gehört haben, als Tool, was Ihnen einfach den Zugang gibt unter Verwendung von Post-it-Notes und gruppendynamischen Prozessen, neue Geschäftsmodelle einfach mal auszuprobieren, zu denken, zu entwickeln. Und hier würde ich dringend dazu raten, sich einfach mal einen Tag Zeit zu nehmen mit Personen aus der Organisation, aus verschiedenen Bereichen, denjenigen, der an der Maschine steht, genauso wie denjenigen aus dem Marketing und Vertreter aus dem Top-Management. Das ist sicherlich nicht der Ansatz, womit man sofort ein neues Geschäftsmodell umgesetzt hat. Aber aus der Erfahrung, wir haben in der Vergangenheit Workshops mit weit über 50 Unternehmen geführt, dann stellen wir fest, es kommen immer kreative Ideen, teilweise auch bewusst abgedrehte Ideen dabei raus. Nicht alle von diesen Ideen werden umgesetzt, aber es führt zumindest dazu, dass man auf jeden Fall sich mal kritisch mit dem bestehenden Geschäftsmodell auseinandersetzt und ein paar Schritte weiterdenkt. Und eigentlich in allen Fällen, wo ich diese Startphase mit betreut habe, habe ich zumindest festgestellt, dass der erste Impuls in Richtung Überwindung des Gaps zwischen dem Knowing und dem Doing, also dem Wissen, dass was zu tun ist, und dem tatsächlichen Anfang hier mit so einem Kreativansatz möglich wird. Somit möchte ich gerne als Letztes damit schließen, mit einem Prinzip der Ermunterung einfach mal anzufangen. Also die Herausforderung, die erste Herausforderung liegt im Wesentlichen darin, diesen Knowing-Doing-Gap, also den sehen wir häufig in empirischen Studien, allen ist bewusst, dass Digitalisierung ganz wichtig ist, die wenigsten schätzen sich selber als besonders gut in der Umsetzung ein, zu überwinden. Und da möchte ich gerne zwei Zitate noch anführen. Zum einen Michael Dell, der gesagt hat, you have to innovate when times are good. Jetzt gerade sind wir an dem Punkt, wo sich die wirtschaftlichen Zeiten deutlich verschlechtern. Es ist auf jeden Fall besser, wenn Sie dann mit Ihren vorhandenen Ressourcen und auch der vorhandenen Zeit in Innovation investieren, wenn es Ihnen noch gut geht. Und das Zweite, Jeff Bezos hat gesagt, it is still day one early in the morning in Bezug auf die Digitalisierung. Denken Sie an die zweite Hälfte des Schachbretts. Noch können wir das, was passiert, ganz gut verstehen. Aber wir sind noch ganz am Anfang und das, was in den nächsten Jahren passieren wird, das kann eventuell vieles von dem, was wir heute kennen, massiv in Frage stellen. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Vielen Dank.